So, aber wenn das hier ein Chemielabor ist, nicht, dass dann irgendwelche giftigen Chemikalien am Start sind. Ah ja, die Masken wieder angezogen. Achso, habe ich jetzt die elektrisierte Waffe? Ja, habe ich. Die werden alle getazert. Auch typisch amerikanische Waffe. Jeder Polizist hat da ja Taser dabei. Und da sind auch schon einige dann gestorben. Ist eigentlich eine nicht tödliche Waffe, aber wird viel zu leicht eingesetzt. Wie fühlt ihr daran? Ich fühle mich ziemlich gut. Setzt die Laborhelfer außer Gefecht. Ich folge euch, ich folge euch. Wohin? Geh vor den Wachen in Deckung. Team in Deckung. Mach' einen Telefon. Sie haben den einen jetzt erschossen. Na, der eine, der es überlebt hat, der wird aber glücklich sein nachher, dass er getazert wurde und nicht erschossen und der andere. Du hast die Access-Karte. Swipe uns in. Bödi. Access granted. Lass uns das machen. Tür! Jetzt! Ich komm' nicht raus! Tür kann nur innerlich eingestellt werden. Was ist das? Ich habe das. Das ist wahrscheinlich Sicherheitsglas, Idiot. Du! Hände auf! Der Nerd ging runter. Du willst uns diese Tür rausnehmen und du mit ihnen? Die Spezialagenten haben die Tür. Geh in den da und schaff' unsere Nervenagenten. Hol' dir das Nervengift. Das wird mich... ... der größte gefährliche Mann im Land. Ich bin auch der größte Angst. Oh Mann. Danke, der führliche Regierung. Wir haben das Nervengift. Verdammt! Wir müssen den Nervenagenten in eine Refrigerungsunit bringen. Warnung! Die Begründung wurde verbreitet. Die Begründung wurde verbreitet. Moment, plötzlich wird hier geschossen. Ich mag das nicht. Schalldämpfer. Schalldämpfer klingt gut. Schalte die Wachen aus. Sitz da! Bring sie zu ihnen! Ach, komm schon, du Lappen. Zeig dich schon, hä? Oder muss ich hier ne Granate hinschmeißen? Viel Spaß damit! Geh, geh, geh! Ha, 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 ha. Schau! Ja, let's go! Wir sollten hier, glaube ich, besser schnell verschwinden. Du hast keine Bälle. Immerhin sind die, sind die gut ausgebildet, die sind ja vom FBI. Hi. Alle ausgeschaltet, weiter! Ach, und jetzt kommen wir zum Thema affige Angelegenheit, ne? Laboraffen. Die armen Tierchen. Okay, hier geht's raus. Lass die Affen in Ruhe. Ich hab einige ausgeschaltet. Aber ich hab auch nicht mehr so viel Leben. Okay, hier zur nächsten Deckung. Wo ist der letzte Typ, hä? War's das? Das war's, komm. Okay, hier soll ich's reintun. Steck das Nervengift in die Kühleinheit. Lass mich raten, wir wechseln jetzt auf Trevor. Yep, da ist er. In einem Transporthelikopter. Bin dabei. Tja, dafür ist das Geld draufgegangen. Genau, für diesen, für diese Mission hier. Und ich bin immer noch nicht überzeugt, dass das wirklich dem Schutz der Gesellschaft dient, sondern vielleicht einfach nur dem eigenen Nutzen von meinen, äh, von den lieben Kollegen vom FBI. Bin dabei. Bin dabei. Bring her down. Easy does it. One and up, we'll go. We missed the window. AC response team's already in the building. It's never too late. We're going. Let's go. It's too risky, Bandito. That bird goes down and takes half the West Coast with it. You know what? If you're done puking up for excuses, how about we come up with a solution? Okay, okay. All right, yeah. You go, I'll stay in cover. Fuck it. Fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on. Let's go. Ach, komm schon. Ach, so macht er das. Oh, FBI Special Agent, ich habe das gefunden. Detain this man. Fuck you, I should detain you. I just took a bullet from my country. Time to go. Free yourself. Flieg zum Flugplatz. Okay, er versucht sich rauszureden, indem er sich selber ins Bein geschossen hat. Ob das funktioniert, ist fraglich. Und wir bringen jetzt den fliegenden Kran, den 6,2 Millionen Dollar Kran, bringen wir jetzt Richtung Flugplatz. Casualties? Only self-inflicted ones. Fuckin' guy shot himself so he could pass as a double agent. Ah, well, maybe they'll debrief him with a 12-inch aluminum flashlight. Ain't to be easy way out. We're the ones hoping we'll outrun the agency response team. I think Franklin's the one taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. Setz die Kiste auf dem Anhänger ab. Gar nicht so einfach, das Ding zu kontrollieren. Alter, den kannst du doch nicht steuern. Komm schon, geh hoch jetzt. Ah Gott. So, jetzt aber. Bam. Lande den Hubschrauber. Egal wo, ja, da, okay. Das krieg ich noch hin. Hey, Frank. What's cracking, man? So, the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davy? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate them? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davy, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. Who's this? Oh, fucking A. Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yo, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Ich hatte eine wundervolle Zeit, Trevor. Und die sollen wir jetzt zurückbringen. Trevor weint. Oh, wie romantisch. Ich hatte eine wundervolle Zeit, aber du bist ein wundervolle Mann. Ich habe nie so glücklich, so schade, in meinem Leben. Ich habe eine wundervolle Weise, mit Worten. Du bist ein wundervolle Weise, mit dem ich liebe. Ein Mann ist mir. Ich habe dich nicht abandone. Ich gehe nach Hause. Du trittest dich. Ich weiß. Ich weiß. Frau Patricia zum Farmhaus. Tja, wir haben sie entführt und über das, wie heißt es, Stockholm-Syndrom oder so, das entführte sich emotional hingezogen fühlen zu ihren Entführern. Das gibt es auch, ist auch bekannt aus Geiselnahmen und so weiter in echt. Wir sind die beiden jetzt so eine Zeit lang ein Paar gewesen quasi und jetzt muss er sie quasi wie so ein Gegenstand zurückgeben an Mr. Majazo und er ist am weinen. Trevor in Tränen, das haben wir auch noch nicht erlebt, oder? Nein, wie süß. Nein, bleiben Sie. Du solltest ihn richtig verletzen, Mann! Ich werde, amigo. Wenn nicht so, die andere hier sind. Natürlich. Die Art, wie ich sehe, du und ich, Michael, wir sind Freunde, wir sind Freunde jetzt. Nach der arme Trevor. Afrika Angelegenheit. Abgeschlossen. Ah, Patricia. Ich werde dich niemals vergessen. So, jetzt lass mich mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt mit ihm drei, mit Franklin, vier, mit Michael gar nichts. Michael geht zurück nach Los Santos und genießt sein High Life wieder in seinem Häuschen. Jetzt kann er ja endlich wieder zurück. Hier haben wir immer noch Minute Man. Wir haben da ein Fragezeichen und wir haben unten was bei T wie Trevor in dem Haus von dem, von Waiter. So, und wir haben Randale noch. Okay, aber ich mach erstmal einen Cut. Ich speichere mal. Patricia ist weg. Und schauen noch ganz kurz in die Statistik. Wie weit sind wir denn jetzt? 54 Prozent, also wir haben die Hälfte überschritten. Missionstechnisch haben wir jetzt noch drei, neun, 22 Missionen und natürlich so neben Zeugs. Ich verabschiede mich erstmal mal wieder aus diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Walle. Bye, bye. Ah, Patricia. Wir haben sie geliebt.